Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog. Heute geht es nach Hannover in die Heimat. Und zwar singe ich bei der Restauranteröffnung von einem neuen Mövenpick-Restaurant am Hannover Flughafen. Und ich freue mich wirklich schon sehr. Ich bin ja jetzt doch echt eher selten in Hannover. Und so ist es dann immer mal wieder schön vorbeizuschauen. Ich nehme euch natürlich mit. Und ja, für alle Leute, die aus Hannover kommen, vielleicht kann ich euch dann auch direkt inspirieren, mal in dem Restaurant vorbeizuschauen. Also, viel Spaß mit dem Vlog. In Hannover angekommen und schon wieder auf dem Weg zum Flughafen. Meine zuckersüße Begleitung, heute meine beste Freundin Gina. Wir machen uns jetzt gerade auf den Weg und dann wird der Sound gecheckt und dann läuft es hier auch. Die Location heute ist am Flughafen in Hannover. Wir haben hier also ein richtiges Urlaubsfeeling auf dem Main, nur dass wir leider nicht in Urlaub fliegen. In Hannover trifft man da viele Bekannte. Hier zum Beispiel Marina und Hanna von Hannover, dein Ernst. Hier Sandra von Marjoli mit Sascha. Let's keep our demons awake for as long as we can. Higher and higher. You stop me, I'm burning up. Es geht musikalisch weiter. Ein Rückspiegel verschwimmt das, was ich kenne. Ich war noch nie so sehr bei mir, war noch nie so sehr bei mir. Ich seh den Weg schon vor mir liegen, muss ihn einfach nur noch gehen. Bei dir fühl ich mich neu, wie das Klingelschild an meiner Tür. Doch ich weiß, ich bereu's. Bleib ich heute hier? Du gehst einen Schritt auf mich zu. Ich gehe mit, doch dann zwei zurück. Neu Start, auf einmal du. Nieso hab ich das nicht gepflanzt? Oh 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 oh. Nieso hab ich das nicht gepflanzt? Oh 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 oh. Oh nein, oh nein. So, ich bin jetzt hier bei Niemandchen gelandet. Ich werde einmal Niemanden. Und wir waren im Proto. The Singers Gehen wir zu mir. Ich sag, ey, wer ist mal hier? Ich lach' nie ein Geh' Alle bitte! Wuh! Wuh! Tausendmal berührt. Tausendmal ist nix passiert. Tausendmal rein in die Nacht. Und es ist alles ungewacht. Wir holen an unsere Jacken. Und dann fasst ich heute auf. Ich rufen von einem Straf. Wir verlassen die Party jetzt. Hannover Dein Ernst und Laura Lato verlassen die Party. Es war mega, mega cool. Es hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank Gaby für die Einladung. Ich würde sagen, hiermit verabschiede ich mich dann auch. Ich freue mich wie immer über Daumen nach oben, nette Kommentare und abonniert unbedingt den... Was ich sagen wollte. Also abonniert unbedingt den Kanal. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Sonntag, 15 Uhr. Boня. Youtubeein.